So meine Freunde, ein neues Video. Wir sind hier heute bei der wunderschönen Bielefelder Alm. Wir drehen nämlich heute ein Interview mit den guten Augustan, besser bekannt als Chapeau, Bravo, Merci. Ich werde Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Dafür gehen wir ins Stadion rein, in den Block I, wie ich hier gerade sehe. Ich werde dann auf jeden Fall zwei Stufen weiter hochgehen, Corona-konform natürlich, damit wir den Mindestabstand einhalten. Darum werdet ihr mich nicht sehen, sondern nur den guten Augustan. Ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall sehr unterhaltsam wird. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, was ihr so über Augustan wissen wollt. Dann drehen wir gerne nochmal ein extra Video, wenn wir das alles erledigt haben, mit euren Fragen. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal rein und reden mit den guten Augustan.